Die Bevölkerung hat ja zu der 13.AV-Rente gesagt, abgestimmt, das setzen wir jetzt um per 2026. Das sind ja die gleichen Meinungen, es muss umgesetzt werden. Dann kommen die Leute und sagen, ihr müsst den Volksentscheid nicht umsetzen. Aber das stimmt nicht, weil das Volk hat nicht über mehr Steuern und Abgaben abgestimmt, sondern es hat allein über die 13.AV-Rente abgestimmt. Und das umsetzen wir per 2026, keine Diskussion. Jetzt ist es aber so, dass in der Abstimmungszeit, die zwei Monate vorher, die Initianten, ich habe es extra rausgesucht, haben gesagt, der AHV geht es gut und eine 13.AV-Rente ist finanzierbar. Das Frauenbündnis für die 13.AV-Rente oder Daniel Lampard hat gesagt, das Geld für die 13.AV-Rente ist vorhanden. Die Geschäftsleitung SP60plus sagt, die finanzielle Gesundheit der AHV ist hervorragend. Also vor der Abstimmung haben sie gesagt, die AV hat Milliardenvermögen, das ist kein Problem, das zu finanzieren. Und gleich nach der Abstimmung kommt mit mehr Steuern und Abgaben. Und das ist für mich nicht redlich. Ich finde, ja, man soll jetzt die AHV erhöhen, die 13.AV-Rente einführen, aber nicht zulasten von den Leuten, die arbeiten gehen. Und die Leute, die am Morgen das Gipfel anposten oder am Morgen aufstehen und arbeiten gehen, die mehr belasten, das gibt ihnen die Kaufkraft weg. Und das wollen wir nicht mehr, wenn die Menschen mehr Kaufkraft haben und nicht weniger Kaufkraft. Also es braucht eine Auslegung, wie viel Geld braucht der AHV bis 2040. Ja. Große Auslegung. Ich habe die Kommission und die Bundesreiterin gefragt, was planen sie dann in dieser Reform, die dann kommt, weil das muss ja irgendwann auch wichtig sein, um zu entscheiden, ob wir jetzt die Steuererhöhung oder nicht wollen. Und die Antwort, die hören wir auch überall, ist, wir müssen jetzt zuerst über die Steuererhöhung reden. Und das ist einfach eine Salamitaktik. Man will jetzt, man hat jetzt von kurzem, hat man schon Mehrwertsteuer hochgetan, oder? Jetzt will man die Lohnbeiträge wieder hochgetan, dann will man wieder die Mehrwertsteuer hochgetan. Also man will jetzt alle drei, vier Jahre, will man einfach die Steuer hochgetan, dass die AHV immer plus minus ein Ausgelichtungsresultat macht. Was ich vom Bundesrat fordern, ist eine Gesamtschau bis 2040, zu sagen, wie viel Geld fehlt und wie wollen wir das finanzieren. Und dort wird es wahrscheinlich mehr Steuern drin haben, weil wir einfach Demografie haben, dass so viele Menschen jetzt die AHV beziehen und auch zu Recht sind, haben sie auch verdient. Aber es darf nicht einfach einseitig mehr Steuern und Abgaben drin haben. Das fordern wir mehr nicht. Das Parlament hat den Bundesrat sowieso schon vor der Abstimmung beauftragt, im Jahr 2026 die AHV-Reform zu bringen. Was wir sagen, ist, liebe Bundesrat, bring die Reform ein Jahr früher, bring die schon nächstes Jahr. Ist das realistisch? Aber lassen wir uns eine gesamte Reform machen, ja natürlich. Also die Arten arbeiten schon seit zwei Jahren an dieser Reform, die können wohl innerhalb von drei Jahren eine Reform machen. Was wir sagen, ist, lieber Bundesrat, wenn du mit einer einseitigen Vorlage kommst, die die Steuern und Abgaben für die Bevölkerung erhöhen, erleidet das Schiffbruch im Parlament. Und das wollen wir nicht. Darum haben wir einen Brief geschrieben, dass du lieber jetzt die grosse AHV-Reform planen, dass wir nächstes Jahr eine grosse AHV-Reform diskutieren können und nicht einfach mit mehr Steuern und Abgaben kommen. Weil über das hat die Bevölkerung nicht abgestimmt. Und viele, die ja gesagt haben zu den 13 AHV-Ehmten, haben mir auch gesagt, vorher oder nachher, sparen wir mal im Bundeshaushalt, klingt das Geld lieber in der AHV aus als nochmals anders. Und diese Stimme müssen wir auch ernst nehmen und vielleicht zuerst ein wenig sparen und nicht einfach immer mehr Steuern und Abgaben.